Ich weiß, ich glaube, ich weiß, wofür ich das eine Siege verwenden kann. Hierfür vielleicht? Okay. Starte jede Figur mit den richtigen Requisiten aus. Drücke die rechte oder die linke Pfeile erst, um die verschiedenen Figuren auszuwählen. Benutze die Pfeile nach unten und oben, um die richtige Requisite auszuwählen. So mal. Buchen, super Schachbrett, würde ich sagen. Insel, Besen, Besen. Besen, Ring, Kohltopf, Bügel, Ring. Pizzacke, Konserven, gestohlenes Geld. Fächer, Flasche, Buch. Axt. Okay. Ja, klar. Weißt du, vor allem noch mehr Räume. Und wieder fehlt ein Teil. Was brauche ich denn hier für? Naja, das wollen wir nicht. Oh, leck mich. Oh, Skorpion. Oh, Skorpion. Oh, Skorpion. Oh, Skorpion. Da kriege ich doch jetzt die Bräu... Was? Wie? Du wolltest gerade sagen. Ein Wagenheber. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Retten vermutlich, was? Gas-San. Ich könnte ein Loch in diese Wand sprengen. Was willst du denn noch alles? Jetzt würde er da auch noch ein Loch einsprengen. Junge, du kommst doch nicht mal durch kleine winzige Räume durch. Unglaublich. Bei den kleinsten Räumen kommt er nicht weiter. Okay. Ach, warte. Ich weiß, wo ich den Wagenheber verwenden könnte. Nicht? Ach, kommt schon. Dann nicht. Kräftigen Hammerschlag. Nimm doch den Wagenheber. Reicht doch auch, um dagegen zu hauen. Eine andere Möglichkeit für den Wagenheber. Ach, komm. Dann nicht. Dann nicht. Okay. Mais. Bin die nicht. Blieben. Ohl. Knoblauchpresse. Lebkuchen, Mann. Ich sehe nur Lebkuchen und Kekse. Äh, Granatapfel. Frühlingszwiebeln. Äh. Dessert. Butter. Was auch immer das im Eisfach macht. Schlagsahne. Mais. Ist ein Kanapé. Woher soll ich das denn jetzt schon wieder wissen? Lunte. Lebkuchen, Mann. Ist ein Kanapé. Ist es nicht. Ich will damit irgendwas aufspießen. Lunte. Das ist irgendwas Fischiges. Was ist das? Was soll ich denn mit dem Zahnsteuer hier machen? nicht Appetithäppchen Appetithäppchen das macht es jetzt gerade nicht einfacher diese Dinger so, okay und findet einer den Lebkuchenmann? da habe ich ihn nämlich immer noch nicht gefunden Offiziell Übersetzung ist Sofa okay sieht einer den Lebkuchenmann? echt? wo? ist der Spargel Hähnchen nehmt dem Selphin oh nein mhm danke alter jaschig so glühendes Brenneisen Mensch komm mal wir werden uns hier jetzt weiter ich hab keinen Spaß das glaube ich dir gerne oh die Eiskönigin das ist jetzt eine frohe Seite oh der Bär sehr gut Holzhammer da bist du das ich denke es ist ein bisschen mit dem Eis du musst zerbrechen ja klar mit dem Hammer geht das natürlich nicht ne warum sollte das doch mit dem Hammer funktionieren? Lose klar da ist das Abschleppsaal alter ja klar da fehlt jetzt natürlich ein bisschen Öl halt macht aber auch Spaß ist glaube ich I was hoping you'd move this plate with your own hands I've been wanted nein oh leck mich achso bevor ich das jetzt vergesse ich hab jetzt einen Hammer ne Kabelstatue der arme Wein ja tatsächlich der arme arme Wein der weint jetzt ach 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 no nicht der Wein der ist halt so oder alles so nicht der Wein 1 2 7 5 3 0 warte mal ähm ach nee da brauche ich ja immer noch die Karte für ja ja okay oder ja ich baue die Zugangsdaten äh die Karte bevor ich die Daten eintragen kann alles gut egal vergesst es geh wieder nach da hinten hier hab ich noch ein Symbol gefunden Steinbock das Symbol von Frisches Kartusche fehlt das tut mir aber leid das tut mir aber leid mhm dicke schwarze Wolken und die ganze Welt ist gegen mich ich muss es ihnen heimzahlen heute räche ich mich äh heute werde ich mich rächen alle die gegen mich sind werden dafür zahlen oh ein Eispickel als kleines Kind dachte ich immer ein Eispickel ist ein gefrorener Pickel tankanzeige weiß große Leere ich muss den Tank füllen warum ist es zu groß mit einer einfachen Tatschung nochmal komme ich hier nicht weiter ich muss das Licht anschalten ok ist das ein Messer aus Eis oder so ja gut ging auch nein der zurück da rein da rein Zugangskarte hat sie ja den Zahlencode gemerkt 1,2,7,5,3,0 1,2,7,5,3,0 1,2,7,5,3,0 1,2,7,5,3,0 Gott, ey. Eine Gummizelle! Ja, der Einzige hat eine Gummizelle. Da brauche ich ein Kreuz für. Okay, ich habe das Ganze jetzt nur gemacht, um in eine leere Gummizelle zu kommen. Okay. Okay, jetzt habe ich die Schütze. Ich habe das Spiel. Jetzt machen wir fertig. So, lasst uns ein Drink. Und das heißt, das ist die Art. Die Mörderen sind nicht wert, dass ich mit mir standen. Oh, jetzt habe ich so viele schöne Schöpfe, und ich werde niemals mich für das verabschieden. mhm ah oh ja am gramophon fehlt nur etwas ach ne ja kann es auch nicht ganz fassen ne wimmelbildszene kalender lineal ach boah kein lineal das da haarbürste löwensymbol theater ticket welches ich da finde schachfigur kompass locher mhm klinger wecker angespitzter bleistift thermometer welches ich nicht finde thermometer welches ich finde und ein gong den ich nicht finde da ganz groß direkt neben mir toll heute zur universität in einem labor sah ich einbalsamierte die ganz lebendig wirkten es gab ein becherglas mit einer schlange ich legte vorsichtig ein fahnblatt hinein das ergab eine interessante und schöne komposition ich werde die anderen gläder diese woche auch noch dekorieren das ist doch ein knall wie viele räume hat dieses haus um sie aufzubrechen ja also hier komme ich komplett nicht weiter was mache ich jetzt mit dem wagenheber und mit der lunte auch Nein. Vor allem, ich habe jetzt nichts mehr, außer Sternzeichen und einen blöden, vermisteten Wagenheber. Den ich nicht brauchen kann. Ich habe jetzt einen Blöden, vermisteten Wagenheber. Ich habe jetzt einen Blöden, vermisteten Wagenheber. Oh! Kitty? Kitty? Danke, Kitty, für fünf Verschenkte Sachen, die Community. Dankeschön. Wo kommt das denn her? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Genau. Jetzt auch noch Wunschuldig tun. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Dankeschön. Damit geht das Stream jetzt insgesamt zweieinhalb Stunden länger. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Da gab's meinen heiligen Schein schon wieder. Ähm. Ein bisschen. damit kann ich nichts machen muss ich auch mal kurz was aufschreiben ich habe keine ahnung bin ich tatsächlich langsam an der stelle wo ich nicht mehr weiter weiß hier ist auch nichts mehr überall wo ich dachte man könnte den wagenheber betätigen geht's nicht hier brauche ich noch so eine bursche ist hier noch irgendwo was hier ist es hier ist es Ja, da ist noch was. Oh mein Gott. In den Heizungskeller. Wo ist der Heizungskeller? Okay, kann ich? Ey, ich kann das aus... Also als erstes müsste die... Okay. Die geht zu weit. Die ist zu weit gegangen. Die ist zu weit gegangen. Ich muss mir mal richtig in Kraft aufwarten, denn das ist ein schwächendes Loch. Bringt, wenn sie zu weit rollen würde. Recht. Okay, die rollt zu weit. Sehe ich daran, dass sie blinkt? Nee, okay. Hä? Okay, keinen Sinn. Die verhungert. Ja. Das ist ein Scheißrätsel. Wie ist so schnell? Oder? Nee. Danke. Ja, wenn ich immer wüsste, woher... Na? Und so. Wie geht's ins Blaue? Ich glaube aber auch, jede davon ist unterschiedlich schnell, ne? Nee, die kommt ins Blau. Ja. Ich hab echt keine Ahnung, wonach das da gemessen wird. Aber es sind ja nur noch zwei Kugeln. Die geht auch ins Blaue. Oh, nee. Oh, nee. Okay, dann geht's ins Lila, ne? Nein! Boah. Ich freu mich auf Alice Madness Returns. Ach, komm! Ach, komm! Aber ich fühl mich auf, wie ich weiß! Aber ich bin da... Also, wir machen... Oh, es ist das Schiff, das ist für ein Schiff. Geht auch in Blau. Dann ab dem Strich. Und der geht wahrscheinlich zu weit. Ja. Und sozusagen. Gott sei Dank. Und eine noch. Ach komm. Alter Vater. Alter Vater. Okay. Vor allem das Witzige ist. Vorher. Es ist in jedes andere Loch. Oder es ist bis dahinten durchgegangen. Da war es zu stark. Und der ist bei 8. Oder bei 6. Jetzt komm ich noch nicht mal. Mit unter 10 darüber oder was. Oh mein Gott. Bitte geh da rein. Oh Gott sei Dank. Wir haben ein Feuerzeug. So. Bei der Whiskyverkostung. Rechter Raum. Whiskyverkostung. Rechter Raum. Ja. Ah da. Okay. Kitty du weißt. Dass du in meiner Rettung bist. Gerade. Allein. Weil ich ja. Gut. Ich kann rauszappen. Aber. Was ist das denn hier schon? Oh nein. Oh nein. Okay. Das muss bis nach oben. Oh scheiße. Okay. Okay. So. Ich habe die Lösung für Notfälle. Das ist sehr gut. So. Zwei. und offen lehrer benzin und mich auch und krebs also das sternzeichen dann kann ich erst mal wieder zurück wie krieg ich jetzt den tank also die decke fehlt so ok benzin kann ist da wo brauchte ich benzin das hier hinten ja ich mein lang kann es ja nicht mehr dauern weil ich ja echt nicht mehr viel habe aber trotzdem und da fehlt immer noch die konstruktion und zauberer das ist eine fliege ehermente sternzeichensymbole oh mein gott ich werde sie los sind aber noch nicht alle aber hey mein inventar ist fast leer gut hier kommt nicht rein warte mal hier ah ja bewege die vier elemente nach oben zu den entsprechenden farbigen punkten klick auf ein ende des elements und ziel es um es zu bewegen ah ok ja 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 ja